Die Zukunft und ihre Herausforderungen rücken mir seit einiger Zeit auf die Pelle wie noch nie. Und ich kann gar nicht sagen, dass ich daran verzweifle oder mich schon jetzt geschlagen in den Staub setze. Aber ich spüre die Wucht des Wandels, der da auf uns zurollt, immer deutlicher. Und dazu kommt noch, das Erbe, das meine Generation nun angetreten hat, es lastet schwer auf unseren Schultern. Wie umgehen mit dem ganzen Material und Müll der letzten Jahrzehnte, das uns unser Wohlstand beschert hat? Oder mit den Gesetzen, Regeln und Traditionen, die so nicht mehr tragen? Das Verhältnis aus Erbe und heranrollender Zukunft, es wird zur Zerreißprobe. Da wünsche ich mir jemanden, die oder der zu mir sagt, sei mutig und stark. Hab keine Angst und fürchte dich nicht. Ich bin bei dir, wohin du auch gehst. So sagt es Gott in der Bibel zum Nachfolger des Mose zu Joshua. Mose hatte sein Volk aus der Sklaverei in Ägypten geführt, aber das gelobte Land vor seinem Tod nicht mehr erreicht. Dies soll nun Joshua tun. Gott ermutigt ihn und verspricht ihm seinen Beistand. Ich weiß nicht, in welche Richtung unser gelobtes Land liegt. Ich habe auch selten das Gefühl, dass wir uns gemeinsam darüber Gedanken machen. Und viel zu oft höre ich, dass am besten doch alles wieder so wird, wie es schon längst nicht mehr ist. Ich glaube, die Lösungen für die meisten Probleme sind schon längst da. Wir müssen nur endlich den Mut und die Stärke finden, sie umzusetzen. Und da wäre so ein Stupser von ganz oben doch recht hilfreich. Sei mutig und stark. Fürchte dich nicht, denn dein Gott ist bei dir, wohin du auch gehst. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!